Morning in the Morning und willkommen zu einem erneuten Let's Play mit Heyday, meinem momentan tatsächlich liebsten Spiel, was ich tatsächlich auch am meisten spiele im Moment. Auch wenn es gerade echt viele Fehler gab, muss ich sagen, macht mir Heyday trotzdem am meisten Spaß und deswegen kommen hier auch am regelmäßesten Videos im Moment. So, jetzt gucken wir mal, ich will heute meine Scheune erweitern, das werden wir auch direkt machen, weil dann habe ich ein bisschen mehr Platz zum Shoppen, zum Einkaufen, zum Einsammeln und so. Das sind immerhin wieder 330 Platz, die ich auf einen Schlag habe und da freue ich mich doch sehr. Vor allem Silo, ich habe eh eigentlich keine Silo-Probleme. Silo läuft eigentlich immer gut. Und Scheune. Scheune könnte mehr sein, aber da sieht man auch, Scheune habe ich weniger als ich Silo habe. 250 weniger. Ja, hier läuft es nicht ganz so gut. Da müssen wir auf jeden Fall uns ein bisschen ranhalten. Jetzt gucken wir hier, da fehlt. Oh ey, der eine Fall. Ich bitte euch, den werden wir doch jetzt hier kriegen, oder? Ne, einen Bolzen. Ich brauche hier einen Fall. Eine Schraube. Bitte Leute. Esel, auf euch ist immer Verlass. Was? Nö. Nö. Pferde? Auch nicht. Oh Mann. Ja, leider nicht. Ich habe gedacht, ich kriege hier so einen Markierungsfall. Nicht bekommen, das ist ein bisschen schade. So, dann. Das Tal hat ja begonnen. Und da ist jetzt auch wieder, oh, ich weiß nicht, ob, also manchmal habe ich das Gefühl, Heyday oder bei Supercell, die Leute denken nicht nach. Habe ich wirklich manchmal das Gefühl. Oder die machen das extra. Die wollen die Leute ärgern. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Es sollte ja um 10 Uhr die Entschädigungen geben. Kam nicht. Kam aber später. Ist ja nicht schlimm. Ein bisschen verspätet, aber es kam. So, jetzt ist aber so, dass man oben diese Token hat. Ich glaube, jetzt kann man auch nichts mehr einsammeln. Ich muss mal eben gucken. Doch, das konnte ich jetzt einsammeln. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Kann ich auch noch einsammeln? Ich glaube, bis 6.000, ne? Ich glaube, bis 6.000 kann man einsammeln. Das ist halt sehr schnell voll. Wir machen das mal. Vielleicht schaffen wir das ja. Guck mal, da hinten ist ein Elefant. Den holen wir uns jetzt. Und dann musst du ja die Token ausgeben, weil sonst geht es nicht weiter. Und ich meine, das Tal läuft jetzt schon einige Zeit. Also die Leute, die das Tal aktiv spielen, und davon habe ich welche in meiner Community, die können keine Punkte mehr einsammeln, weil die natürlich... Ey, hier sind keine Tiere. Ey, hier sind einfach keine Tiere. Was mache ich denn ohne Tiere? Ich sammle jetzt erst mal weiter die Punkte ein, um euch das zu zeigen. Oh Mann, das ist doof hier. So Aufgaben mag ich eigentlich nicht. Diese Wegfahraufgaben. So, wohin? Dahin. Aber erst... Nein, erst dahin. So. Sammeln wir nämlich auch noch Punkte ein. Sammeln jetzt hier richtig schön die ganzen Punkte ein, um dann zu entkommen... Entkommen... Nee. Hä? Keine Ahnung. So. Die Punkte einsammeln. Zur Tankstelle. Und wehe, da ist jetzt kein Sprit. Das ist nämlich manchmal... Ah, okay. Sehr schön. So, jetzt zu der Giraffe. Hä? Äh, doch, der Elefant ist weg. Oh Mann. Egal. Das ist nicht so schlimm. So. Jetzt gehen wir da hinten. Da sind nämlich noch Tiere. Und Tiere abholen ist immer gut. Guck mal hier. Ein Sprit. Ey, das ist gut. Da muss man immer hin und her fahren einfach. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis da wieder eine neue Aufgabe... Okay, vier Stunden. Alles klar. Zu lang. Zu lang. So, zwei Tiere. Und da hinten ist das dritte Tier. Perfekt. Perfekt. So, wir sind jetzt gleich drüber. Über die 6.000. Ich muss jetzt mal gucken, wo ein Reservoir ist. Boah, da hinten. Ach, Leute. Ja, da ist eins. Ja, genau. Dann fahre ich hier lang. Dann kriege ich das Reservoir. So. Zack. Wir haben jetzt nur einen Sprit. Aber wir können ja heute nochmal drehen. Ich hoffe, das reicht. Neun Sprit, bitte. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das wussten die auch, das wussten die, so, da, deine Markenbörse ist voll, tausche im Tal Shop, so, und jetzt kommt nämlich das lustige, Tata, Tal Shop ist noch gar nicht eröffnet, herrlich, herrlich, also erst in, also erst in einem Tag, erst in einem Tag kann man hier einkaufen, warum, warum bitte, das ist doch total nicht durchdacht gewesen wieder, ne, also das ist wirklich eine Meisterleistung, also, ja, jetzt kann ich halt nicht mehr spielen, ist halt so, ähm, funktioniert halt einfach nicht, so, wartet mal, ich will mal, ich will mal ein Screenshot machen, ähm, und davon auch, so, vielleicht mache ich das als Thumbnail, eigentlich wollte ich heute gut reden, ist auch nur ein kleiner Fehler, also ist jetzt nicht wirklich dramatisch, ne, kann man machen, muss man nicht, hätte man vielleicht ein bisschen besser drüber nachdenken sollen, als man diese fast 6000, ähm, Tickets rausgehauen hat, hm, aber gut, wollen jetzt auch nicht kleinlich sein, oh, neun blaue, ja, direkt in die nächste Runde, würde ich sagen, neun blaue, ja, das war gut, das war, fünf lila, oh nein, eine Bombe, klar, machen wir weiter, komm, wir wollen ja, wir wollen ja hier sehen, wie es weitergeht, ähm, eine noch, nein, ja, jetzt kann ich auch alle aufdecken, so, was gab es denn noch, fünf Schokolade, zwei Wolzen, ja, gut, ich, ich, ich hätte, ich hätte nicht so gierig sein dürfen, und, äh, direkt weiter, direkt in die nächste Runde, ne, das ist ja mal ein gieriges, so, Feierabend, ich mache Feierabend, das reicht, mir reicht's, mir reicht es, so, zack, Screenshot, komm, guck mal, neun, äh, blaue, neun grüne, fünf lila, ne, hier noch so ein paar Sachen, ja, komm, das reicht, so, das Tal, jetzt muss ich hier wirklich eine Zwangspause machen, das ist natürlich super bescheiden, ähm, ja, es ist natürlich nicht so schlau gemacht gewesen jetzt, aber gut, wenigstens kam die Belohnung, äh, die Entschädigung, ich sag immer Belohnung, ist euch das schon mal aufgefallen, äh, die Entschädigung kam zumindest, und das ist ja auch schon mal gut, ne, dass da was gekommen ist, dann habe ich noch was, Moment, erst mal, erst mal jetzt hier die Aufgabe zu Ende machen, die ich hier habe, vielleicht kann ich auch direkt die nächste annehmen, das wäre natürlich richtig fein, das wäre Feini, so, oh, vor allem jetzt habe ich kein Platzproblem mehr, das ist schön, bis ich wieder so viele Tools habe, dann habe ich wieder ein Platzproblem, das ist immer, ja, oh, Hummerschwänze, die brauche ich nämlich hierfür, sehr schön, dankeschön, und dankeschön Blue, Blue, äh, Farmington, und Blue. Dann kriegen wir nämlich auch wieder ein Puzzleteil, sehr cool, und jetzt gehen wir, oh, das können wir auch nochmal drehen, machen wir auch, ich habe immer noch nicht das extra drehen, weil ich habe auch immer noch nicht den Farmpass gekauft, keine Ahnung warum, dann, nächste Problem, oh, ne, warte, erst mal gucken, kann ich eine Aufgabe annehmen, am liebsten Stadt, bitte Stadt, keine Stadt, ne, komm, dann nehmen wir die hier, und ich würde sagen, komm, den Quatsch kann man direkt löschen, die hier, da verzettelt man sich schnell mit, ähm, dreimal Schiff brauchen wir auch nicht, Angelbereich auch nicht, wenn, wenn es da ist, kann es einer nehmen, aber so, na komm, die kann man auch löschen, besser eine 320er warten, so, ne, ein bisschen Platz machen für gute Aufgaben. So, und jetzt gucken wir, nee, nee, komm, jetzt mal ganz schnell noch hier, äh, ich habe eh, ich kann es eh nicht schaffen, okay, ich habe nur 7 Äxte, ich habe extra Tom gekauft, für 10 Tage, glaube ich, für 100 Diamanten, ei, 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 100 Diamanten sind wie viel Euro? 4 Euro, ja, okay, 4 Euro, für 10 Tage, das heißt, Tom würde 12 Euro für einen Monat kosten, das ist, äh, ja, das ist eine Menge, so, jetzt gucken wir aber, zack, 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 alles eingesammelt, ich habe nämlich ein Problem, und zwar habe ich folgendes Problem, dass ich keine Besucher kriege, das werdet ihr jetzt sehen, guck mal, hier habe ich nur die, und ich wachte eigentlich immer, dass, ah, da ist einer, weil die brauche ich für den Farmpass, und da sind die ganze Zeit keine Leute gekommen von, und da war ich echt enttäuscht, weil, hm, ich brauche die ja für den Farmpass, guck mal, einer, ey, jetzt muss mindestens noch einer kommen, bitte, ich brauche zwei noch, da ist er, boah, endlich, das war wirklich eine Katastrophe, die sind nicht gekommen, so, die können weg, und jetzt können wir die zwei bedienen, damit ich ganz schnell den Farmpass da, ähm, fertig kriege, denn, achso, wir können eigentlich noch wo, woanders welche holen, bei der Petra, holen wir mal ganz schnell hier, nochmal zehn Leute ab, ne, ja, gut, nehmen wir das, am liebsten nehme ich eigentlich immer den Souvenirladen und die Pension, weil dort sind die Sachen mir am liebsten, also das ist immer so Schmuck und sowas, ne, und das mache ich eigentlich immer am liebsten. Übrigens habe ich jetzt hier schon mal einen Weg gezogen, ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den ganzen Weg entlang einen Zaun ziehen will, also hier mache ich auf jeden Fall einen, der so gerade hoch geht, am besten einen, der so ähnlich aussieht wie der, und hier bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier Zäune am Weg entlang mache, oder ob das dann doof aussieht. Ah, da muss ich gucken. Die Aufteilung der Tiere bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, so viele Tiere habe ich ja nicht. Also die können ja, oh, ja, die können ja da rüber. Niedelfährt und Elefanten, die sollten schon da oben bleiben. Ich denke, dass ich da auch ein Gehege machen werde, also Zäune, so dass die in einem Zaun sind, ne. Und die mache ich nicht. Habe ich, habe ich nur die? Habe ich nur vier verschiedene Tiere? Okay, wird Zeit für neue Tiere. Also das wird auf jeden Fall höchste Eisenbahn, dass ich da neue Tiere kriege. So, die ordnen wir zu, falls wir eine Stadtaufgabe kriegen, dass wir da auch direkt... Muss man eben was gucken. Oh, oh, da muss ich helfen. Aber ganz schnell... Oh nein! Nein! Ich habe es nicht. Ich habe kein Popcorn. Moment, Moment. Nein, ich kann auch nicht schnell welches kaufen, weil... Komm, ey, Popcorn gibt es doch immer in der Zeitung. Komm. Nein, kein Popcorn. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, 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 oh. Was soll ich machen? Es fehlt einfach ein Popcorn. Moment. Moment. So. Mal gucken. Ähm, wartet. Jetzt gehen wir hier. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich gebe so viele Sachen eigentlich weg. Und trotzdem habe ich eigentlich immer noch die Sachen, die ich brauche. Ne, also seht ihr ja hier. Ich kann die eigentlich fast alle immer ganz gut beliefern. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Aber es scheint immer zu klappen irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, ich produziere eigentlich zu wenig. Ja, aber bis jetzt. Funktionuckelt ist. Funktionuckelt ist. Und das ist ganz gut. So. Das sammeln wir noch ein. Zucker. Ich habe echt manchmal Zuckerprobleme, weil der Opa alles immer weg macht. Der Opa macht dann über Nacht Zucker. Guck mal, er merkt es schon wieder. Er sagt, Zucker, Zucker, hallo, ich brauche Zucker. Und dann lässt er nur zehn Zucker über und du findest keinen Zucker in der Zeitung. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Was machst du dann? Nichts. Und dann hast du ein Problem. So sieht es nämlich aus. Achso, ich habe keinen Weizen. Ich kann eh nichts machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist noch irgendwas zu tun? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir fertig. Was braucht die Sweet Hollow? Nichts. Ne, die braucht nichts. Die braucht nichts. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Da bin ich nämlich jetzt raus. Guck mal da. Der schläft. Aber der gibt eh nichts. Ich habe schon gar keine Lust mehr, den zu wecken. Der war so teuer. Da. 40 Punkte. Das war's. Der war so teuer. Ja. Und gibt einfach nichts. Und jetzt gibt es ja schon wieder neue. Ups. Und jetzt gibt es ja schon wieder neue. Ich hoffe einfach, dass die was geben. Also man hat mir ja geschrieben, dass die manchmal was geben. Vor allem weiß ich nicht. Hole ich mir den V oder hole ich mir da unten dann den. Wie viele Tickets habe ich denn? Drei Küken-Tickets. Ist ja jetzt nicht die Welt. Wie viele kriegt man in dem Farmpass? Oh. Einmal extra drehen. Ja, passt so. Muss ich machen gleich. Zwei Küken-Tickets. Zwei. Zwei. Drei. Drei nur. Oha. Also man muss drei Monate den Farmpass spielen, damit man einen V bekommt. Das ist schon crazy. Und dann für alle Tiere. Das sind jetzt noch vier Stück. Ein Jahr. Ein Jahr lang den Farmpass holen, damit man sich die holen kann. Das ist krass. Ja, das ist gut. Da müssen wir halt noch ein bisschen sammeln. Hier brauche ich neue Oliven. Ups. Mit dicken Fingern komme ich überall immer dran. So. Und Sägen habe ich auch immer zu wenig. Fällt mir mal so auf. Äxte immer zu viel. Sägen immer zu wenig. So. Keine Ahnung warum. Es gibt halt mehr Bäume, wie es Büsche gibt. Aber man kriegt gefühlt mehr Äxte, als man Sägen kriegt. Ist ja auch ein bisschen, ja. So da warte ich immer noch darauf, dass da was Schönes kommt. Und was ich dann eh nicht kriege. Jetzt bin ich am Überlegen. Soll ich hier einfach mal so ein Zehner-Paket holen? Ja. Komm, ich hole jetzt so ein Zehner-Paket. Mal gucken, was der bringt. Ich meine, da ist eh nichts drin. So ein Zehner-Paket ist eigentlich Schwachsinn. Aber ich sammle jetzt die wieder ein. Zack. Habe ich wieder 40. Also die Zehner-Pakete kann man ruhig zwischendurch dann mal holen. Und ganz vergessen. Großzügiger Nachbar 3. 4.000 Gegenstände habe ich gespendet. Und deswegen bekomme ich jetzt das Tor. Ja, wird wahrscheinlich niemandem auffallen. Aber ich habe das Tor jetzt. Ob das wirklich jemandem auffällt, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ein Brett. Na, wer hätte es gedacht? Ein Brett. Na gut. Ein Brett ist besser als eine Schraube. Ein Brett ist schon ganz okay, denke ich. So, was haben wir hier? Ja, kann man machen. Kann man direkt mal die Netze anwerfen. Ich brauche immer Netze. Wenn die schneller fertig sind. So. Fertig. Und wieder raus. Und. Zack. So. Ich bin damit raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Macht's gut. Tschüss.